Moin, mein Name ist Phil. Heute habe ich einige sehr spannende Bitcoin-Daten mitgebracht, die wir uns mal ansehen sollten. Unter anderem geht es nämlich um die Retail-Investoren. Wir sprechen natürlich aber auch über die Bitcoin-Spotty-TFs. Hier gibt es super aktuelle Daten, die eine klare Tendenz abgeben. Und es gibt natürlich auch in Bezug auf den Bitcoin-Preis einige sehr spannende Thesen und auch Muster, die sich ergeben. Aber für die Bären habe ich natürlich auch noch was mitgebracht. Und zwar bildet sich nämlich gerade ein sehr, sehr bärisches Muster, was in dem Fall die Thesen der ganzen Bären also hier auch noch bestätigen könnte. Von daher lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da. Und natürlich noch ein kurzer Hinweis über den ersten Link in der Videobeschreibung. Kannst du dich jetzt anmelden und verifizieren, denn du bekommst dann automatisch erstmal 10 Euro geschenkt. Und auf die ersten 10.000 Euro Handelsvolumen musst du keine Gebühren zahlen. Also starte jetzt rein. Und wir gucken uns natürlich erstmal den aktuellen Bitcoin-Preis an. Wir sind mittlerweile auf unter 66.000 Euro gefallen. Knapp 1,7 Prozent haben wir verloren in den letzten 24 Stunden. Alles anreist dramatisch. Und das, obwohl wir natürlich in den letzten Wochen einen schönen Bitcoin-Preisanstieg gesehen haben. Aber der war leider nicht so hoch oder so stark, wie es eben viele Investoren erwartet haben. Und das, obwohl wir immer mehr Privatanleger haben, die aktiv geworden sind. Die Nachfrage von Privatanlegern ist nämlich so hoch, wie zuletzt im März 2024, als Bitcoin einen Rekordwert von über 73.600 US-Dollar erlebt hat. Und ich denke, du kannst dich daran immer noch sehr, sehr gut erinnern. Das war wirklich ein absolut schönes Szenario. Wir haben uns richtig darüber gefreut, so hohe Werte zu erreichen. Und in den letzten 30 Tagen stieg die Nachfrage um etwa 13 Prozent. Doch der Bitcoin-Preis sank vor allem in den letzten 24 Stunden, und das haben wir ja gerade eben auch schon besprochen, um knapp 1,7 Prozent auf unter 66.000 US-Dollar. Und natürlich haben auch die großen Institutionen und Fonds weiter akkumuliert. Sie haben also weitere Bitcoin-Bestände aufgebaut über die sogenannten Bitcoin-Spot-ETFs, also spezielle Investmentfonds. Rund 20 Prozent der Bitcoin-ETFs in den USA gehören inzwischen diesen großen Investoren. Und das Spannende ist, dass seit der Einführung dieser großen Fonds über 1.179 Institutionen in Bitcoin investiert haben. Doch sie kaufen bisher relativ kleine Mengen. Wenn man ehrlich ist, hat sich das trotzdem schon stark aufsummiert, denn wir sprechen fast von einer Million BTC, die mittlerweile in diesen Produkten gehalten werden. Und natürlich wissen wir, dass die Perspektive eine Richtung kennt, und zwar die Bullische. Denn wir haben auch in den letzten Tagen eine sehr, sehr starke Streak gesehen. Bei den Bitcoin-Spot-ETFs wurde also sehr, sehr viel Kapital investiert, weit über 2,5 Milliarden US-Dollar. Aber lediglich gestern am 22. Oktober haben wir hier einen negativen Tag erlebt. Aber auch das wird sich sicherlich wieder verändern. Und natürlich sollten wir gerade in dem Atemzug mal über die wichtigsten Widerstände beim Bitcoin sprechen. Unter anderem ist nämlich ein sehr, sehr wichtiger Widerstand bei ungefähr 69.000 US-Dollar. Und das ist hier auch direkt mal mit eingezeichnet worden. Das hilft natürlich nochmal ein bisschen besser zu verstehen, dass wir diesen Bereich immer mal wieder angetestet haben, aber in der Regel abgelehnt worden sind. Das bedeutet, Bitcoin befindet sich weiter in dieser Spanne und es ist nun eben extrem entscheidend, dass wir zum Wochenabschluss einen Bitcoin-Preis von knapp 66.500 US-Dollar sehen, um einen erfolgreichen Test in diese Preisbereiche zu bestehen. Das wird also sehr, sehr spannend und da müssen wir uns wohl noch ein paar Tage gedulden. Die Tendenzen sehen gerade vielleicht nicht ganz so gut aus, aber es kann sich noch deutlich verbessern. Und wir wissen mittlerweile auch, und das finde ich sehr spannend, dass es einen sehr, sehr positiven Indikator gibt. Und zwar den sogenannten MACD-Indikator. Der zeigt nämlich, dass der Trend seit Oktober 2023 wieder nach oben geht. Dieser Indikator vergleicht nämlich kurzfristige Preisbewegungen mit langfristigen, um die Stärke des Trends quasi zu messen. Und wenn wir uns die Grafik angucken, dann gibt es hier ähnliche Tendenzen wie 2021. Man geht also durchaus davon aus, dass wir hier kurz vor einer weiteren Bitcoin-Preis-Rallye stehen könnten. Und das würde uns natürlich total in die Karten spielen. Und wir wissen natürlich auch, dass das nicht die einzigen wichtigen Effekte oder Events sind, die jetzt demnächst anstehen werden. Und die hoffentlich für einen Bitcoin-Preisausbruch eben sorgen werden, so wie wir ihn im Laufe der letzten zwölf Monate immer mal wieder erlebt haben. Unter anderem ist es natürlich die US-Präsidentschaftswahl. Dann gibt es natürlich nochmal das nächste FOMC-Meeting am 7. November. Und dann werden natürlich auch nochmal weitere Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Die werden nämlich am 11. November rausgebracht. Auch diese Daten können natürlich Auswirkungen auf Bitcoin haben. Aber natürlich möchte ich mit dir nochmal über das bärische Szenario sprechen. Egal wo man hinblickt, man bekommt natürlich genau die Antworten, die man eben auch erwartet. Und das ist bei Bitcoin natürlich nicht anders. Und zwar haben wir nämlich hier gerade mitbekommen, dass Bitcoin ein sogenanntes Barish-in-Chalfing-Muster bildet. Und dieses Muster deutet auf eine mögliche Umkehr, dass Trends sind entweder kurzfristig oder langfristig. Das ist schwer zu erkennen. Das heißt also, wir haben hier eine Erfolgswahrscheinlichkeit von knapp 60 bis 70 Prozent, je nach Bestätigung, durch andere Marktdaten. Und in den letzten sieben Monaten führte jedes Mal, wenn sich ein solches Muster beim Bitcoin gebildet hat, in dem Fall eben auch ein klarer, starker Preisrückgang. Der hat dann nämlich stattgefunden. Und diese Rückgänge wurden immer tiefer. Zuletzt fielen die Preise um bis zu 26 Prozent zwischen zum Beispiel dem 29. Juli und dem 5. August. Und das können wir natürlich auch gut nachvollziehen. Und ein weiteres Problem sind natürlich auch die sogenannten Futures und die Rewart-Märkte von Bitcoin, die natürlich auch wieder den Bitcoin-Preis sehr, sehr stark beeinflussen. Das Thema Open Interest, also der Wert der offenen Positionen am Markt, überstieg in der letzten Zeit nochmal die 40 Milliarden US-Dollar-Marke, als der Preis auf 69.000 US-Dollar anstieg. Allerdings zeigt sich eine Schwäche gerade im Bezug auf den Spot-Markt, also dem Markt für tatsächliche Käufer bzw. Käufe, da es dort relativ wenige Käufer eben gibt. Und diese Kombination von Faktoren, also das bedeutet ein hoher Open Interest und ein schwacher Spot-Markt und eben auch dieses bärische Muster deuten darauf hin, dass wir einen weiteren Preisrückgang bis auf 60.000 US-Dollar durchaus sehen könnten. Ich bin sehr gespannt und werde dich natürlich auch gerade in dieser Hinsicht weiterhin auf dem Laufenden halten. Mich würde natürlich aber deine Meinung interessieren. Bist du eher bullisch eingestellt? Glaubst du, dass wir einen weiteren Bitcoin-Preisanstieg sehen? Oder bist du eher bärisch eingestellt und glaubst, dass die 60.000 US-Dollar demnächst nochmal unterschritten werden? Schreib deine Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich natürlich aber auch, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da und abonniere unbedingt den Kanal, um die nächsten täglichen Videos nicht mehr zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir natürlich einen wunderbaren Tag und dann hoffe ich, dass wir uns morgen wiedersehen. Also genieß ihn und bis morgen. Bis zum nächsten Mal. '